ja herzlich willkommen zu sunken land ich will das ganze einfach mal ausprobieren ich habe schon mal eine welt gespielt aber da gab es jetzt ein großes update und es hat geklingelt keinen moment pünktlich zum stream start äh ja jetzt ist genau das gekommen worauf ich eigentlich die ganze zeit warte egal spielen wir erstmal eine runde so okay das sieht gut aus keine frame verluste ja nice ja dann spielen wir erstmal eine runde sunken land wow ach mit f okay dieses ganze survival spiele so was ist das okay nice ähm ah alles nehmen okay das ein bauplan für den bogen okay das gab es damals alles noch nicht okay das hier gab es ja dann ja dann Okay. So, das hier ist eine schöne freie Fläche. Au. Ach, du Kacke. Das gab es damals auch noch nicht. Okay, Radiosenderinsel. Wow, das gab es alles nicht. Okay, die Karte ist identisch. Die Fraktion kenne ich. Das Inventar kenne ich auch. Okay, es gibt Rucksäcke. Widerrüstung, Farbe, ja, das kenne ich. Kann das da nicht ran? Da geht nur die... Ja, okay. Oh, und schon kein Holz mehr. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Wieso will er kein Dach bauen? Das war's. Hm, ist das hässlich. So, gibt's hier noch irgendwo Bäume? Okay, nein. Okay. 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 Nice. Oh, Krabben. Krabben. Krabbe. So, habe ich jetzt schon Holz für ein Bett. Einfaches Bett. Okay. Aber auch schlafen geht noch nicht, weil wir haben gerade mal 17.55 Uhr, das ist ein bisschen sehr früh. Oh, wir können ja Metalltruhe bauen, die sollten wir bauen. Ich schlafen noch gar nicht, weil wir haben ja noch so Zeit. So, ich will mal die豆 Ahnung. Okay. So, ich will mal ganz schön. Also, ich will mal ganz schön. Du hast es schon mal! So, ich weiß es schon mal. so was brauchte ich für ein grill einfachen grill und dann brauchen wir nur zehn holzplanken für den wasserreiniger so wasserreiniger ist Amen. 5 Uhr morgens. Okay. Das sind die. Eier. Oh, ich sollte was essen. Oh. Erdbär. 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 Gehen wir mal zum Dorf. Obwohl. Erdbär. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Pflanzgefäß, okay. ZDF, 2020 Pflanzgefäß, okay. 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 Ey, die haben mein Bett zerstört. Schade. Paddelbord, okay. Reparatur-Hammer. Was brauchen wir noch für den Reparatur-Hammer? Toll. So. Da unten ist noch ein Auto, was können wir auseinandernehmen können. So. 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 Mit den Holzplanken sollte ich jetzt den Reparatur-Hammer bauen können. Nice. So. 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 Oh, man kann das dann nicht wieder aufbauen. Oh, ist das dämlich. Oh, man kann das nicht wieder aufbauen. 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 Okay. Eigentlich müsste ich dann jetzt offline gehen und das einmal zusammenbauen. Wir streamen gerade mal 40 Minuten. Das ist ein bisschen... Obwohl, das mache ich mal eben. Ja, sorry für den kurzen Stream. Ich werde jetzt eben den PC zusammenbauen und dann mal gucken, wie das läuft mit dem Stream. Also, vielleicht bis gleich. Bandbreitenmodus wollte ich jetzt doch nicht nehmen. Also, das ist jetzt gerade ein Test. Oh, ich habe mein Follower-Ziel erreicht. Oh, ich habe mein Follower-Ziel erreicht und nice. So, ähm... Ich deaktiviere mal eben das Mikrofon und gucke mal eben, wie das auf dem Handy aussieht. Oh, ich habe mein Follower-Ziel erreicht. Oh, ich habe mein Follower-Ziel erreicht. Oh, ich habe mein Follower-Ziel erreicht. Aufer in--Dolgram. so alles sieht bis jetzt gut aus das spiel sieht sogar noch besser aus als gestern glaube ich nice ja wir müssen was testen und zwar wurde ich gefragt wie hoch also ich wurde bei bei tik tok gefragt dass ich mal ausprobieren wie hoch man fliegen kann also testen wir das ganze jetzt mal ach das hat nicht geklappt so also ich finde ja was soll man hier zu sagen also das bild sieht nice aus ja sogar auf dem handy sieht es nice aus hier sieht es auch nice aus ein pc wie sieht der aus joach jetzt ballerten google rein anstatt in shroud okay das ist ein komisches game aber ja wir fliegen jetzt in den himmel und gucken wann wir icarus machen und abstürzen aber bis jetzt kann man ja kaum noch was von unserer putze erkennen gucken wir einfach mal weiter steigen wir noch gerne aber die map sieht auch ein bisschen strange aus die endet einfach da da hinten ist noch eine große mauer und touren waren wir schon bei dem touren ja bei dem waren wir schon dass der düster dickicht da hinten bei dem waren wir dass da hinten ist der letzte touren hier hier Oh, jetzt ist der Nebel weg Nice Ja, guck mal Da kann man sich viel hübscher die Karte angucken Was klopft hier? Okay No, sorry Steige ich noch? Ja, ich steige noch, okay Ich weiß Sehr spannender Livestream Hinter meiner Kamera dreht die Web durch Äh, die Wolken drehen durch Ah, das sieht man nicht so gut im Stream, oder? Doch Also diese Artefakte, die man da sieht Das ist nicht vom Stream aus Sondern vom Game Ja Also ich weiß ja nicht Ähm Ja Tü-tü-lü Ja, ich glaube, das reicht jetzt Kleinen Moment Äh Wir fliegen jetzt schon bereits irgendwie fünf Minuten Und Oder Vier Minuten Wir haben mittlerweile den Fog of War verlassen Also man kann über die Karte gucken Also man kann über die Karte gucken Und interessanterweise Ja Ja Ja, ich denke mal, man kann Sehr, sehr weit hoch Ähm Fliegen Ich glaube, ich sollte mal das Hat einblenden, damit ich sehe, wie viel Ausdauer ich habe Okay Ja Langsam kommen die Grafiken wieder Den Nebel haben wir noch nicht erreicht Ach, ist das bescheuert Na, wann kommt der Nebel wieder? Da haben wir den jetzt ausgepackt Ah Da ist der Nebel wieder Okay Ja Da könnte man ordentlich hochfliegen Und Vielen Dank. Hm. So, ich... Auf was steht denn jetzt das Spiel? Ich hatte da nämlich ein bisschen dran... Umgespielt, ausgeglichen. Hm. So, ich schläge auf den Bergen. So, doch. So, ich schläge auf den Bergen. So, ich schläge auf den Bergen. So, ich schläge auf den Bergen. Vielen Dank. 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 Oh, nice. 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 Wo ist diese Wurzel? Oh, nice. 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 Oh, Stufe 3. Eis. Eis. So, mal eben gucken, wie sich der, ähm, wie heißt er gleich noch? Moment, gleich habe ich es. Ey. Halt das, Gott. So. Ich muss gucken, wie der PC sich macht, weil der ist, wie gesagt, nischel, nischel, neu. Und mit dem teste ich gerade. So, Desto. Okay, passt. Eis. Als Fähepunkt setzen. Okay. 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 Oh Gott. Ist das jetzt ein toter Gegner oder kein toter Gegner? Okay. Egal. Kann ich hier? Nein. Eine Blume. Guck mal. Eben zu schlafen, damit es hell wird. Weil sonst ist es ein bisschen nervig im Dunkeln. Guck mal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Fortschritt und auch Kopfschmerz. Nach wochenlangen eingehenden Studien habe ich Parallelen zwischen den vereinfachten phonetischen Zeichen der Ahnen und den historischen Ursprüngen des phonemischen menschlichen Schrift gefunden. Ich habe die Theorie, dass moderne Alphabete von der antiken Silbenschrift abgeleitet sein könnten. Leider konnte ich meine Untersuchung nicht fortsetzen, da aus einer Öffnung in der Nähe ein seltsamer Geruch nach Tod drang. Er hat den Verstand meiner Forscher vernebelt und bereitet allen Kopfschmerzen, wie die Schrift der Ahnen, nur schlimmer. Warum haben die Erbauer nicht einfach ein traditionelles Alphabet entwickelt und sich stattdessen auf mehrere einzigartige übertriebene komplexe Symbole für jede einzelne Silbe geeinigt? Piktogramme wären auch in Ordnung. Lurian Krim. Okay. Oh Gott. Gegen die Abgründe, die wir auftaten. Eingebettet im Sternfall Königreich. Ein Abgrund so tief, dass das, was sich darin verbirgt, seit Jahrtausenden vor uns versteckt ist. Jedes Geheimnis wird irgendwann von der ewigen Flamme erhält. Ein archaisches Übel, das sich zusammenbraut, wächst. Es muss vergraben, vorgespült, versiegelt werden. Die Menschheit sollte niemals mit diesen Ausläufern der Hölle in Kontakt kommen. Hmm. Hmm. oh Gott Oh Gott Krimzahngrotte Ich wollte gerade sagen, hier wird wieder wahrscheinlich so eine Wurzel sein Oh Gott Die vergesse ich immer wieder Alter Schwede Nice Jetzt beides Okay Ich dachte, hier gibt es noch irgendwas interessantes Bis jetzt nicht Pass auf Kann man das abbauen eigentlich? Nach wie vor nicht, ja? Nicht effektiv Das ist nur Lehm Lehm Sonst nix Da und den Ausgang Gott bin ich dumm Ach, weil ich das da hinten abgebaut habe Okay Das ist nur Lehm Oh Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will nicht... Gut. 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 Finde ich jetzt falsch geflogen? Aber wahrscheinlich. Das sieht doch hier oben lang. Das da drüben sieht auch spannend aus. Ops. Oh, das ist toll. Vielen Dank. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Okay, hier you go. Okay, here you go. Okay, here you go. Okay, here you go. Okay, here you go. Oh, meine Waffe ist schrott. Okay. Okay, here you go. Okay. Okay, here you go. 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 Okay. 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 Okay, here you go. Okay, here you go. Okay, here you go. Okay. 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 ich würde mal eben eine fixe pause machen dann sehen wir uns gleich wieder also bis gleich so eben noch mal fix so machen mit seinen geschoben und dann kann es ja weitergehen aber ich wollte jetzt ein bisschen zinn abbauen für ach wie heißt das gleich noch damit wir mehr bronze herstellen können das sollte ich nicht machen so bis jetzt habe ich nur zinn da unten gefunden ich frage mich aber ob noch irgendwo zinn ist so so Suchen wir doch. Vielen Dank. He he. Vielen Dank. Kann man hier vielleicht am Ende des Ganges was dazu finden? Nee. Wie kriege ich ein Kupfererz? Aber die Kupfer... Nee, die Bronzespitzhacke, die ist echt schon nice. Vielleicht ist das ja hier, wenn wir die Wunzel killen. Vielleicht ist da ja was. Oh ja. 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 Aber das können wir gleich mal markieren. Ja. 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 Toh-toh-doh Toh-toh-doh Soh Toh-toh-doh Soh Toh-toh-doh Ok, das funktioniert jetzt sauber. Oh. Das war's für heute. Das nenne ich mal eine ordentliche Quelle. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja komm, wir reisen jetzt wieder zurück. Was ist das hier? Normaler Stein. Okay. Spannend hinweisen, das passt ja so. 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 . So. . So. 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 So, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Essen ist fertig. So, ist gleich. 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 So, jetzt habe ich schon ein bisschen Essen. Ja, die Traum sieht auch gut aus. Das freut mich aber. Eis. Das ist richtig, richtig geil. Okay, dann geht es weiter. 10 Minuten 45 bis alles fertig gearbeitet ist okay. So, und was wollte ich dann herstellen? Schmied, wo bist du? Keine Einhandikraft. Schilder bin ich auch nicht. Söldner Set. Oder Wächter. Parierkraft. Schon so kritischer Trefferschaden. Ausdauerpunkte, Lebenspunkte. Wächter Set hat. Söldner Set. Was ist dann eher? Ich brauche Leder. Okay, wir müssen das Gerber holen. Okay, dann würde ich sagen, ist das unser nächster Punkt. Gut. Ah. Okay. Dann geht es in die Richtung. Wir müssen ganz nach da hinten zum BuOp. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der ist mies. Oh Gott. Dann kriegt man nur Metallschrott. Ey, das ist ein bisschen erbärmlich. Oh. Okay. 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 Vielen Dank. Wo sind die Materialien? Dieses Kind spielt mir schon wieder Streiche. Ich habe Phil gesagt, er soll ein paar normale Steinblöcke für die Brückenreparatur holen. Er war natürlich nicht glücklich, doch er ist jung und agil. Er kann sich problemlos tragen. Aber natürlich lädt er sie einfach ab und tastet davon. Du wirst sie sicher selbst finden, Alter. Brich dir nicht den Rücken. Was für ein Nichtsnutz. Also, so, wo sind die Blöcke? Kriegen wir hier neue Blöcke? Normale Steinblöcke. Geil. Oh, das war dumm. Okay, als erstes den hier. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich wollte mal eben gucken, was für ein Typ Schaden, der macht Schnittfähigkeiten. So, dann müssten wir ein bisschen viel mehr Schaden jetzt machen. 137, ich habe keine Ahnung, wie viel ich vorher gemacht habe. Jetzt ist es auch noch dunkel. Ah, doch. Das zimmert schon ein bisschen besser rein. Oh Gott. Oh, wer ist das denn? Prost Mahlzeit, ey. Ich wollte mal gucken, wie die neuen Blöcke aussehen. Irgendwie hat das Spiel hier Grafikproblem. Und ich kann ihn nicht genau einschätzen, was total nervig ist. Okay. 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 Oh. Hm. Thank you. So, wir brauchen Honig. Das würde ich mal eben tun. Huh? Okay. 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 So, dann können wir jetzt das ganze nochmal probieren das hier Oh da, so, essen wir mal das, das, ah ok So, dann können wir jetzt So, dann können wir jetzt Die Säure ist echt hardcore Ist das hier diese Mutter Looper? Woah! Hilfe! Okay, das machen wir später So, dann können wir jetzt So, dann können wir jetzt Und das war ja mal hart gemein So, dann können wir jetzt Nein! Dann werfe ich gleich einfach mal Dieses Kugelnetz auf die Olle Also Dass die mich da einfach wegrotzt Die anderen Bomben könnte ich auch benutzen Also, dann schießen wir die jetzt ein bisschen So, dann können wir jetzt Oder wir klauen uns einfach die Gerberstation Unser Grab und Hauen erstmal ab und machen die später Aber das finde ich auch noch die Idee Dann können wir erstmal unsere Rüstung Verbessern Ja Unglaublich, du hast es wirklich geschafft! Diese Gerberstation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein Los, platziere sie, damit wir mit dir an die Arbeit gehen können Rezepte, was brauchen wir dann? Ammoniakdrüsen Salz Und Pelze Und Pelze Und Pelze Und Pelze Und Pelze Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. Okay. Ich will doch nur ein bisschen Salz haben. Oh, auf der Rückseite, okay. Wow. So. Oh Gott, kriegen wir viel. So. 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 Joa, ich glaub das sollte reichen. Oh. Okay. Oh. 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 So Was ist da jetzt ganz nach oben? Was ist da jetzt? Was ist da jetzt? Was ist da jetzt? Was ist da jetzt? Was ist da? 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 Na komm 6 Sekunden noch Ich will Leder produzieren So 15 Minuten Was ist da? Leckarsch Also Was ist da? 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 Jetzt? Und dann Was ist da? Was ist da? wait und dann sehen wir uns gleich! wieder. So. Das Schimpfe wieder. Wieso geht die Musik nicht aus? Musik. Und? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also. Endgame. So. Geht doch. So. Ja. Das war es jetzt erstmal mit Entschrouded. Wir wechseln jetzt auf Minecraft und das JFK Megaprojekt. Ich habe da leider noch keine Ahnung, ob ich das schon direkt streamen darf oder nicht. Was zum Glück auch relativ Wumpe ist. Da ich so klein bin, dass das glaube ich kein großes Problem ist. Was ganz lustig ist. Ja, aber da wechseln wir jetzt mal rein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen in Entschrouded. Und wir gucken mal, wann wir hier wieder reingucken. Also. Wechseln wir mal. Okay. So. Warte noch der. Was ist der? Nee, der hat Werbung. Okay. So. Dann gehen wir doch mal hier rein. Okay. Ruck 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 Okay er hat 16 GB an Arbeitsspeicher zugeordnet Ich hab ein bisschen mehr 17,5 Okay So So Ja Sollten wir doch mal die Stream-Info anpassen Stream-Info So Minecraft-DM-Alls-Mods-N-JFK So Kategorie Minecraft Fertig Dankeschön G82 GP32 Tauchst hier gerade eben auf Deswegen Dankeschön So Äh Bei dem lädt das immer noch? Oh Würde ich mal sagen Wechseln wir mal eben rein Oh So Starrn wir Oh Gott Okay Moment So Hi Doch Oder klappt das nicht Moment Und So Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yo, funktioniert das alles? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Mal gucken, was. Das war's. Das war's. was. Das war's. Also, das war's. 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 wow, das war's. 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 okay. das war's. 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 So. What? What? Untertitelung des ZDF, 2020 Necdoch Untertitelung des ZDF, 2020 so dass damit sollte jetzt erst mal alles angebaut sein was wir so haben so dann können wir erst mal eben hier ein wenig coole production starten ein eimer nice wir können richtige felder oh ich wollte noch wir müssen ja die grundressourcen schaffen so oh so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So... Oh... Der Kopf ist zu... 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 Ja, ich würde mal sagen, ähm. Wir zocken mal was anderes, bis es neue Infos gibt, weil ich will jetzt nicht weiterspielen und dann werden die Daten zum Beispiel nicht mit rübergenommen. Also, ja. Wieso zeigt er das dann an? Oder das? Ah, weil ich unten auf die Taskleiste drücke, okay. Ja, also so wie es sich gerade im Stream bei den anderen angehört hat, wollen die das jetzt zeitnah machen, das heißt, ähm, geführt jetzt alle raus und dann, ja. Oh, warte, ich kann ja mal eben gucken. Ah, Werbung. So, mal gucken, was da der aktuelle Status ist. So, bev— So, bev— So, bev— Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, um... Dann versuchen wir jetzt... ...wat anderes... ...mix. 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 Ich glaube, sie wollen... ...ähm... ...wie gesagt, einen Root-Server aufmachen... Und da dann, ähm, nee, die Insel sah schon so auch schon zur Beta aus, also als das Spiel rauskam. So viel haben sie eigentlich gefühlt nicht geändert. Ähm, was aber ganz nice ist, ist, ähm, warte eben, ich weiß nicht, ob wir das hier schon sehen. Oder ob wir, ob ich hier schon was freigestellt habe. Ah, hier, du kannst dann sehen, ob da noch eine Blaupause ist auf der Web. Das ist richtig nice. Ähm, dann liest dir am besten nicht die Patchnotes durch. Äh, die haben da in den Patchnotes reingeschrieben, dass die alten Sails leider nicht mehr funktionieren. Soweit ich das verstanden hatte. Und da ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, so ein Neon-Bunny kriegst du auch relativ schnell wieder. Reisen wir eben noch zum Händler. Aber was ich cool fand mit dem neuen Update, wurden jetzt Waffenmodifikationen und so weiter mit ins Spiel gebracht. Das könnte nice sein. Musik Oh ja, also, äh, das alte war schon mega, get lost, ja, toll. Was? Okay, die will nichts haben. Blöde Kuh. Also mit den alten Waffen fand ich das schon sehr, ähm, anstrengend zu spielen, sag ich jetzt mal. Weil du einfach echt die Problematik hattest, dass du, äh, mit dem Zielvisier, da hat dir gar nichts funktioniert, irgendwie gefühlt. Die Kommission Ich sollte mal was essen Aber ich habe schon eine E-Gitarre Das ist schon mal das wichtigste von allem Und ein Regal Ja genau das Punktvisier Da hatte ich das Gefühl da passiert einfach nichts Hi Willkommen zurück Oh ja ich von Nee Ups Irgendwo gab es doch Einen Key womit du alles Raushauen kannst Nee okay So was bräuchte ich für ein Purschenstisch Ja das ist sogar so schlimm geworden Dass sie jetzt einen komplett neuen Server suchen Also Ich sag ja ich baue schlecht So schlecht das Server schon anfangen Aufzugeben Bei meinem privaten Server Das zwar super funktioniert Aber es liegt daran Dass ich ihn Selbst betreut habe Also hatte er Angst Dass ich ihn stromlos schalte Oh 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 Glück gehabt Genau Genau wir spielen jetzt Sunkenland Ähm Ich weiß den Sinn des Spiels nicht Aber Es geht da drum Stärker zu werden Und nach und nach Alle Inseln einzunehmen Und zu überleben Und Man hat hier Prozentanteil Wie viel man schon Davon Freigeschaltet hat Also Ja Und man kann Später auch Speedboats bauen Und Taucherausrüstung Und Pistolen Und gegen andere Fraktionen kämpfen Wie zum Beispiel Da hinten Das Segel Da ist eine andere Fraktion Ja Da gab es jetzt ein neues Großes Update Und Das wollte ich mir mal angucken Ich habe es schon versucht Heute Nachmittag zu spielen Aber Da kam ein Mainboard geliefert Und das musste ich dann Ganz schnell in einen PC verwandeln Ich glaube es solltet werden Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, guck mal, das ist auch neu. Du kriegst es auch angezeigt, wenn du in dem Gebiet bist, wo die Blaupause ist. Das gab es vorher auch nicht. Oh, ein Fisch... Gab es ein Fischnetz? Kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Ah, okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt wieder zurück zur Insel. Die Forschungsstation bauen, die ich aus Versehen abgerissen habe und nicht alle Teile wiederbekommen habe. Und dann mal ein wenig erforschen. Ich will ein... Ja, genau, das sah auch aus wie eine Reuse. Ich will ein Paddelboot bekommen. Mal gucken, ob ich Flü... Fischflossen bauen kann. Heureka. Heureka. Ach, die habe ich doch jetzt auch Kacke gebaut. Dass du den Kram nicht aufheben kannst. Freude und für den Kram nicht aufhören. == Geht aus. Du kannst dich nicht aufhören. Das finde ich lustig. Eine riesengroße Mülltonne als Lebensmittellager. Okay, wir brauchen noch Motor. Mal in Fischhaut. Ah. Mal in Fischhaut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, komm schon. Ah, Gott sei Dank, den haben wir. Okay, wieder auftauchen. Und dann holen wir uns die nächsten zwei. 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 Alter. Das artet ja hier in Arbeit aus. Gott. Okay, dann haben wir drei Malins. Ich glaube, dann können wir uns jetzt die Schwimmflossen bauen. Ich glaube, dann können wir uns jetzt die Schwimmflossen bauen. ... 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 So ein kleines bisschen habe ich mich ja schon gefreut. Okay, könnte ich Antworten mal eben. So, weiter geht's in die Tauchwelt. Oh, okay. Schnee, 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 schnee. Gott sei Dank. Und was seid ihr gerade so am Daddeln? So, da. Oh, so sorry about that. Ja, anscheinend macht es ja Spaß. Hab ich dich damit echt angesteckt? Das ist lustig. Welches Level bist du? Hast du irgendwelche neuen Kreaturen? Okay, einer der Admins schreibt. Gut. Das kann interessant werden. Ah, okay. Okay, und welche Richtung hast du geplant? Ah, okay. Warte mal eben. Ich muss mal eben in den Voice Channel. Ich muss mal eben in den Moment. Okay. Nice. Nice. Okay. Mit WLAN-Stream spannend. In a few minutes in the area... Okay. 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 Ja, also die planen jetzt den Server umzuziehen, so wie gedacht. Ja, also die planen. Ja, also die planen. Ja, also die planen. Ja, also die planen. Ja, auf jeden Fall. Achso, ne, alles in Ordnung auf jeden Fall. Hey, alles gut. Ja. Ja, also die planen. 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 Untertitelung. BR 2018 Ciao! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay. Ja, mal gucken, was das alles wird. Würde ich mal sagen. Ich denke mal, die werden sich jetzt irgendwie einen Hetzner-Server oder so holen, wo gut läuft und nicht G-Portal im Hintergrund. Ja, und dann mal gucken, ne? 25 Prozent. Tornschuhe und T-Shirt. Yay, yay. Das sieht eher mega sexy aus. Wird unsere Base schon wieder angegriffen? Ja, das glaube ich auch. Aber ich hatte... Nee, davon bin ich halt auch überrascht. Also... Ist jetzt alles kostenfrei. Ähm, ich hatte extra nachgefragt. Mal gucken, vielleicht jetzt mit dem neuen Server werden sie hinten und vorne überrascht sein. Ähm... Ich weiß aber nicht, wie teuer ein Root-Server bei Hetzner zum Beispiel ist mit... Ordentlich Cores und... Äh... CPU... Äh... RAM, meine ich. Oh. exem hat sehr schnell. Huh. Untertitelung des ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 So, dann nehmen wir nur Intel. Also wenn sie den hier dann nehmen, das geht ja sogar auch klar. Ja, also das geht eigentlich relativ gut. Das ist dein Radio-Sender-Insel. Oh, ich soll mich was essen. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Für 100 Euro lässt du dich fesseln? Okay. So. Mit den Worten, das ist eine gute Sache, gehe ich jetzt mal in die Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, ob wir in Minecraft rein starten können, wenn sie da jetzt schon dabei sind. Den Server auf modded umzupacken, dann können wir ja erhoffen, dass es noch vor 0 Uhr wird. Ja, mal gucken. Also, dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, bis jetzt gibt es noch keine neuen Informationen. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will einfach mal das Floß da hinten angreifen. Ich will einfach mal das Floß da hinten angreifen. Jo, die haben feier und bo. Oh Gott, die Lederhaut. Oh Gott. Das war nervenaufreibend. Oh, Kohl und rohes Fleisch. Problematisch natürlich, dass hier nicht beschrieben wird, was für rohes Fleisch. Oh Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 100% sauber Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, dann können wir eben zur Händlerin fahren und einfach uns. Toll. Äh, uns, uns Motoren kaufen. Wie können. So. 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 Und dann sollten wir vielleicht noch ein paar... Ist das so ein Riff? So ein bisschen... Das könnte es vielleicht sein, damit wir Medizin herstellen können. Okay. Dann gucken wir mal weiter. So. 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 Das. So. 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 Es ist auch. Toodoloo Was braucht denn das für Küche? Oh, Eisenbahnen Okay, das dauert ganz schön Oh, Moment Äh Nee, bis jetzt noch nicht Aber der Veranstalter ist wieder In Minecraft drin, also Es könnte sein, dass Die gerade noch im Testen sind, aber dass es dann Gleich irgendwann Los geht Jo Mal gucken Ja, nicht, dass sie jetzt noch ein Update rausgehauen haben Oh Genau, wo du gerade gefragt hast, hat auch noch eine gefragt Okay, das passt So Und er schreibt. Es ist updated. Okay. Bestimmt, weil es jetzt ein dedizierter Root-Server ist, macht er erst mal Windows-Updates oder sowas. Und wo schießen die? Okay. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Headshot. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die können mittlerweile schwimmen Oops Alter Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die können mittlerweile schw весен Schade. Oh, warte. Ich gehe mal eben in den Voice. Äh, welchen... habt ihr eine neue IP oder... Äh, einen Moment. Eigentlich nur den Cookies Stress Test. Ich gehe mal ebenso. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, dann kommt da irgendwie so ein simpler Quad-Core zum Einsatz und das war's. Und dann kann ich mir das auch vorstellen. Ja, hast recht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alter, läuft das komisch. Oh, ich hab meine Blöcke sofort gedoppt. Oh, da war was Neues. Oha. Ich hab mich auch grad schon gewundert, aber... Ja, ich hab's mal aufgegeben. Ich mach den immer auch nicht mehr lange. Er bringt ja unbeschwendig jetzt hier noch weiterzocke. Das ist ja sowieso alles weg. Was ist bei mir das? Wie siehst denn du aus? Hi, er leuchtet ja sogar. Das ist ja cool. Okay. Ja, ich bin auch grad am überlegen. Vielleicht streame ich noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, da hol ich mich dann auch doch lieber hin. Danke, wünsche ich dir auch noch. Und einen schönen Abend und gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische, denke ich mal. Genau. Also mal gucken, ob... Dass da morgen alles läuft. Ich muss mal gucken. Also ich bin eigentlich komplett vorbereitet. Also ich würd sagen, sobald ich wach bin, werde ich frühstücken und dann streamen. Also wenn ich jetzt in einer Stunde pennen gehe, rechne mal so zwischen 10 und 12, so um den Dreh. Denk ich mal, dass ich online kommen werde. Ja, und dann hoffe ich, dass wir hier feinstes Minecraft spielen können. Danke, wünsche ich dir auch. Und gute Nacht und schönen Abend dir noch. Dann bis morgen. Dankeschön. Danke, wünsche ich dir auch. Boah, aber ich glaub, ich werd jetzt auch Feierabend machen. Ja, also. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ja, dann würd ich sagen, hau ich auch wirklich in den Sack. Dann bis morgen. Ich hoffe, dann läuft das alles mit dem Stream und mit Minecraft und, und, und. Und ja. Dann euch erstmal einen schönen Abend. Macht es gut. Und... Schönen Feierabend euch. Ciao.